Mein Finger, ich habe mir am Rückspiegel, der ist bei mir zerbrochen und ich musste immer so rausdrücken. Wenn ich losfahre, ich habe so automatische Rückspiegel und die klappen nicht aus. Da habe ich mich rübergebeugt und mit der linken Hand diesen Spiegel rausgedrückt. Den rechten Spiegel mit der linken Hand? Ja, weil ich mich, das ist so eine Methode aus Holland, man soll mit der rechten Hand die Tür aufmachen, damit man sich schon so gedreht hat und nach hinten gucken kann, ob einer mit dem Fahrrad kommt, dass der dir nicht in die offene Tür reinfährt. Und das habe ich so verinnerlicht, dass ich, wenn ich meinen rechten Außenspiegel rausdrücke, das mit der linken Hand mache. Und da habe ich dann so eine Scherbe gefasst und mir in den Finger geschnitten. Ein richtiges, wie sagt man, ein Dreiangel aus dem Finger rausgecuttet. Zum Glück hast du im Auto ja den Verbandskästen. Ja, hinten. Da muss man ja erst dann nochmal aussteigen. Ich habe sogar drei Verbandskästen, weil ich immer nachkaufe, immer den aktuellen, falls dich mal die Bullen anhalten. Ja, jetzt gerade, wieder neues Jahr. Ja, und aus dem neuen Verbandskasten nehme ich natürlich nicht das Pflaster, weil der dann angerissen ist, sondern aus dem alten. Und ich habe es nicht gefunden, weil nicht Pflaster draufsteht, sondern Wundschnellverband auf der Verpackung. Ich möchte nicht mit dir, also wie dein Jahr gestartet hat, ich leide mit. Und jetzt, wenn ich hier irgendwie greifen will, da ist dieser, hört man das, dass das ein bisschen gedämpft ist durch das Pflaster? Man hört, dass irgendwas seltsam klingt, ja. Naja, vielleicht merkt es Matlenka Scholze nicht. Showcheats, Matlenka Showcheats. Ja, du spielst ja heute hier Ukulele, oder? Wenn wir was mit Ukulele spielen, warum nicht? Ja gut, kann man auch machen, ja. Ich mache auch Schlagzeug, je nach Bedarf. Ja, gut. Wann kommt die? Na, die müsste jetzt eigentlich da sein schon. Naja, es ist ja ein Ende von Bautzen. Ja, jetzt mal hier, wenn die Ölgötzen und halten Maulaffenpfeil. Den Akkord finde ich zum Beispiel gut. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der klingt so schön. Das ist irgendwie ein, äh, jetzt wird sie kommen. Juhu, herein. Hallo. Hallo. Ah, na klar. Was, na klar. Das habe ich dir nicht gesagt. Heute kommt noch jemand. Du bist Lars. Ja? Lars P. Krause kommt heute zum Maßnehmen. Wie zum Maßnehmen? Für das Poster. Na, hättest du es nicht sagen können? Ja, wollte ich, habe ich vergessen. Ja, dann hätte ich mich... Ich war voll auf Probe mit Matlenka Showcheats. Ja, da hätte ich mich mal rasiert und mal ordentlich angezogen. Ja, es wird nur Maß genommen. Ach so, gut. Ja. Ja, grüß dich, Lars. Seid gegrüßt. Hallo. Habe ich vergessen. Ich habe gedacht, wenn wir sowieso hier sind zur Probe, kann er ja gleich kommen zum Maßnehmen. Für das Poster. Wie Maßnehmen? Ja, Lars, wie Maßnehmen. Weiß ich jetzt auch nicht, wie wir Maßnehmen. Du hast doch das Steigerposter gemacht. Ja. Für diese Kampagne, so geht sächsisch hier das Steigerlied. Und da sind noch Farben übrig und da habe ich gedacht, da können wir doch gleich auch noch ein Bandposter für uns machen. Und bevor die eintrocknen, ist doch auch ökologisch. Ja, na klar. Ach so. Da habe ich gedacht, Mensch, rufst du mal den Lars an, ob er vielleicht mal zum Maßnehmen kommen kann. Ja. Reimt sich. Ja. Willkommen in Stolpen. Hallo. Also unter Stolpen. Kalt hier. Ja, 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 das ist unser Problem. Wir dürfen ja auch nicht, wir haben es schon probiert mit so Infrarotstrahlern und da musst du ein Decken durchbrochen. Da bräuchte es ja auch Strom hier unten. Na, Strom haben wir ja. Wie du siehst. Warum sind hier Kerzen? Ach, das ist wegen Weihnachten. Ja. Nachfeier machen wir. Wir machen. Ja, verstehe. Wir kommen ja in der Weihnachtszeit gar nicht dazu. Da schaffen wir ja nichts. Und dann hatten wir die Kerzen noch übrig, so wie du die Farbe. Und da haben wir gedacht, dann verkokeln wir das jetzt. Genau. Lars P. P. Krause. Krause. Ich sage euch nicht, wofür P steht. Steht für Print wahrscheinlich, oder? Oder für Print. Ja. Oder Prinz. Ey, wollen wir mit Lars P. Krause einfach den Podcast machen? Na, zumindest so lange, bis Mattlenker kommt und dann können wir proben. Ja. Genau. Das ist ein Deal. Ja, ja. Da brauchen wir aber noch die Enkelin vom Herrn Kosel für die Anmoderation. Ja. Hast du die Kassette mit dem Jingle? Hab ich ja. Gut. Monika Kosel, bitte kommen. Hallo. Hallo. Hier musst du reinsprechen. Mhm. Du musst sagen, heute zu Gast Lars P. Krause. Okay. Hallo. Sie hören Zärtlichkeiten im Ohr. Der Podcast von So geht sächsisch. Mit Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiver. Bekannt von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Aufgenommen im Kellerdorfer gestalten. Heute zu Gast Lars P. Krause. Willkommen, Lars P. Krause. Ja, schön. Jetzt geht's richtig los. Was ist ein Podcast? Wir machen, wir kochen jetzt was? Oder was ist jetzt da? Nee, ein Pod meinst du? Mhm. Wegen Topf? Ja, ich hätte auch Farbe mit, also wir müssen zum Essen sein, also. Oder so. Wird die Farbe gekocht beim Siebdrucken? Nee. Wie wird die hergestellt? Jetzt gehen wir gleich in Medias Res. Gleich die Chemiefrage als erstes. Ja, aber vielleicht sollten wir vorher noch sagen, was er macht in seinem Leben. Das stimmt. Damit das die Leute auch wissen. Lars P. Krause ist Kunstdrucker. Ja, früher ehemals Siebdrucker, jetzt Kunstdrucker. Umgelernt. Wegen der Steuer. Das ist wichtig. Ja, genau. Für uns bist du eigentlich der bekannteste Drucker in der Gigposter-Szene. Kann man das so sagen? Ja. Ja, Gigposter sind lange Zeit mein Kerngeschäft gewesen. Jetzt nicht mehr? Ich habe das ein bisschen aufgebohrt. Es wird auch immer schwieriger, mit der Musikindustrie zusammenzuarbeiten. Und ich stelle fest, dass viel Bedarf für handgemachte Grafik und Druckkunst ist. Und ja, ich bin quasi Auftragskünstler. Wer sich mich leisten kann und wer auch okay ist für meinen Geschmack, für den arbeite ich auch. Und deswegen ist er hier. Und macht für uns ein neues Klack. Wir haben noch nicht darüber geredet, ob ihr euch mich leisten könnt. Das stimmt. Aber wenn die Farbe noch da ist, kann man vielleicht noch mal drücken. Genau, da sparen wir ja schon mal richtig. Genau, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt, dass du eine große Druckerei hast, in der du große Mengen von Plakaten druckst, sondern du druckst dann handgemachte Plakate. Ja, ja, also die Voraussetzung dafür ist, diese Gestaltung druckbar zu machen. Das ist die Hauptaufgabe. Also eine Gestaltung und dieses Siebdruck- oder Kunstdruckbar machen. Also diese Separation. Das sind alles Schritte auf dem Weg zum Poster oder zum Plakat. Der Druck ist nachher eigentlich nur noch abarbeiten. Also hinstellen und mit viel Kraft die Farbe, die angerührte Farbe durchs Sieb drücken. Man braucht Kraft zum Drucken. Nur noch Kraft. Der Kopf ist dann aus, der ist dann offen für alles andere. Ja. Aber dann ist Kraft und eine klare Erfahrung. Also wenn ich Kurse mache und Leute gucken sich das an und die haben natürlich den Kopf voll, weil die dann jede Bewegung einzeln, jeden Muskel einzeln ansprechen müssen, damit das Sieb nicht kaputt geht, die Farbe da landet, wo sie soll. Aber für mich ist das wie Laufen oder Atmen. Das läuft einfach durch. Ich schalte an auf Drucken und dann bin ich der Motor und das Rakel ist der Druckkopf oder so. Druckst du oberkörperfrei, dass man die Muskeln sieht? Jetzt musst du vielleicht noch den Menschen erklären, was ein Rakel ist, die vielleicht Rakel nur als Vornamen kennen. Ein Rakel ist eine Holzlatte mit einer Gummilippe. Weil wenn ich das Holz pur über das Sieb schieben würde, könnte ich immer nur eine Farbe pro Sieb drucken. Dann wäre es kaputt. Das ist ja wie so ein feiner Damenstrumpf, so ein Sieb. Das ist also wie so ein Raster. Jetzt sind wir schon voll im Thema drin, wie das überhaupt funktioniert. Kann ich es mir so vorstellen, das ist also ein Sieb mit Raster und bestimmte Löcher sind verstopft und bestimmte Löcher sind offen und da, wo die Löcher offen sind, drückt es die Farbe durch. Richtig. Und da entsteht dann eine Schicht mit einer Farbe. Und das macht man mit dem Gummi. Jetzt kommen wir zurück zum Rakel. Mit dieser Gummilippe. Damit dieses Gewebe heil bleibt, muss das ein Gummi sein. Und den gibt es in verschiedenen Härten, aber das geht jetzt zu weit hier. Okay, dann stehst du an so einer Maschine mit dem Rakel da. An einem Tisch. An einem Tisch. Ich bin die Maschine. Gut. Und ziehst über die Farbe. Siehst du doch, dass er eine Maschine ist. Ja. Und ziehst die Farbe über das Papier, also über die. Über den Bedruckstoff. Genau. Papier, Stoff. Holz. Und dann hast du eine Schicht Farbe sozusagen auf dem. Eine, ja. Genau. Und wie viele Farben hat so ein Poster bei dir? Also der Steiger, der wird, glaube ich, mit sieben oder acht Farben gedruckt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Bei einem Plakat hast du acht verschiedene Farben und du brauchst dann auch acht verschiedene Siebe. Ja. Und acht Tage. Minimum. Also ich drücke eine Farbe. Nee, ich bin dann fertig danach. Ja. Die Maschine läuft dann heiß. Ja. Und die muss dann auch wieder kühlen. Apropos heiß. Wollen wir was trinken? Können wir dir was anbieten? Ich habe nämlich was mitgebracht. Eigentlich für die Probe mit Frau Scholze. Scholtschitz. Aber für jeden eine Cola. Eine Cola? Ja. Hier. Was ist das? Eine Cola? Eine Cola. Ich fand das Etikett so gut. Da habe ich gedacht, die kaufe ich mal. Sehr schön. Das ist auch eine Firma aus Dresden. Wie findest du das Etikett? Gefällt dir das? Das habe ich gemacht. Nein. Ja? Das gibt es nicht. Also das ist ja jetzt ein verblüffender Zufall. Das Etikett hast du gemacht? Natürlich. Nein. Schön. Na dann. Prost. Ich stelle gleich mal drauf an. Prosit. Ich kriege sie gar nicht so schnell auf. Aus dem breiten Sport. Das ist noch nicht am Arm gelaufen. Prost. Nee. Na dann. Das ist eine Dresdner Cola. Mhm. Und die machen auch Zitronenlimo. Normale Limon. Leckerst. Leckerst. Die Zitronenlimo kann ich empfehlen. Ja. Im Sommer, da brauchst du keine Sonne mehr. Da scheinst du aus der Flasche. Ja. Okay. Ich nehme gleich noch einen Hüb. Ah. Nur gute Zutaten drin. Wie kam das denn? Aber absolut geheim das Rezept. Absolut geheim. Ja. Ja, ja. Das macht man bei Cola, glaube ich, so. Ja. Nee, hat was. Für meinen Geschmack passend. Bisschen süß. Das gefällt mir nicht so. Aber es hat auch so einen zitronigen Abgang. Da ist nämlich Limettenrinder aus Spanien drin, schätze ich. Ich dachte Liebstöckel. Aber Maggi. Das ist Bio. Das ist das Wichtigste. Die wichtigste Information. Ich glaube, es gibt sonst keine weitere Bio-Cola. Also meine Meinung nach die einzige. Doch, mittlerweile doch. Aber nicht aus Dresden. Ah ja. Vielleicht. Und das ist ja hier, so geht es sächsisch. Deswegen trinken wir hier sächsische Cola. Das ist ja wohl klar. Und du hast das Logo gemacht. Das Etikett. Oder das Etikett, ja. Damals haben wir zusammen mit dem Kollektiv, die die Cola produzieren oder diese ganzen Getränke, das Zickzack-Kollektiv, haben wir uns überlegt, wäre es vielleicht eine coole Idee, Tiere. Coole Tiere. Ein Faultier. Hier ist es ein Faultier auf einer Cola. Also was passt denn besser? Das ist richtig. Ja. Stimmt, ein Zitteraal hätte man jetzt für eine Cola eher erwartet. Schwer verkäuflich. Ja, wahrscheinlich. Auch schwer zu zeichnen. Ach, den kriege ich. Der muss ja in Bewegung, so mit Bewegungsunschärfe da drauf sein. Oder so ein Etikett, was so ganz schlecht aufgeklebt ist, was immer so wackelt. Ja, oder was man nicht lesen kann, weil die Schrift so verschwimmt innerlich, wo früher Leute so eine T-Shirts anhalten. Ich würde es mit Blitzen machen. Stimmt. Alles voll Blitzen. Da spricht der Fachmann. Ja. Wir würden jetzt mechanisch denken mit unseren mechanischen Gehirnen, dass man das Etikett auf einer Feder gelagert irgendwie vibrieren lässt, aber du würdest einfach Blitze. Klar, Blitzen, Blitze. Ja. Ich bin auch Elektroniker, also ich habe auch Ahnung von Blitzen. Und wie kam es denn dazu, dass du Kunstdrucker geworden bist? Ah, jetzt wird es schwer, das lustig zu machen. Das ist einfach... Ja, eben. Doch, ich habe eine Idee. Also ich habe immer schon gezeichnet. Ich habe immer, immer gezeichnet als Kind. Andere haben gerne mit dem Ball gespielt oder haben sich gegenseitig mit Dingen in die Augen gestochen. Ich habe mit Bildern in die Augen gestochen. Also die Kinder im Kindergarten haben mir gerne ihre Quarkspeisen gegeben, wenn ich den in Teddy gemalt habe. Und irgendwann, ja, so bin ich Auftragskünstler geworden. Also das hat sich dann durch mein Leben gezogen. Eine Zeit lang habe ich auch meine eigenen Sachen gemacht. Das war, weiß ich auch nicht, war wahrscheinlich gerade nicht nötig, Geld zu verdienen. Da habe ich normale, normale Kunst gemacht, also Ölschinken gemalt. Aber, ach ja, dann kam ein guter Freund und sagte, er will in der Soziokultur in Hoyerswerda eine Siebdruckwerkstatt aufbauen, in der Kulturfabrik in Hoyerswerda. Das heißt, du bist Hoyerswer... Wie sagt man? Hoyerswerderer? Hoyerswertscher. Hoyerswerderer? Du bist Hoyerswerderer? Ja. Von Geburt an? Von Geburt. Wenn da in der Frauenklinik jetzt Altersheim bezeichnen, für die Region traurig, aber ja... Oh ja, das birgt ja gewisse Symbolkraft, ne? Das hat die Symbolkraft schlechthin, ne? Also die Stadt, weil 77.000 haben sie aufgehört zu zählen, damit wir nicht größer werden als Cottbus. So war das Gerücht in Hoyerswerda. Es war eine gebaute Stadt, also die ist ja nicht gewachsen, die ist ja nicht... Torte hat doch auch was, herre Torte. Ja. Aber ja, total. Und die Leute in Hoyerswerder waren auch von überall, aus allen Himmelsrichtungen. Es gab da nicht den Sachsen. Da gab es Sachsen, aber da gab es auch Fischköppe und Berliner. Ja, das war quasi die Bohrinsel mitten in der DDR, ne? Dort ist man hingegangen, wenn man mehr Geld verdienen wollte. Ja. Und alle wurden gesucht und Städte wurden gebaut und eine Wohnung hat man gekriegt, die waren wie ein Magnet für alle, die noch nicht irgendwo anders sesshaft waren. Und dementsprechend hat sich das da gemischt und deshalb spreche ich kein Dialekt, weil ich das nicht gelernt habe, Dialekt zu sprechen. Ich wusste nicht, für welchen ich mich entscheiden soll. Ja, aber in Hoyerswerda ist es sowieso relativ nah an der Hochsprache, ist so mein Eindruck. Ja, aber daher. Ja. Ach echt, ja? Ich behaupte das. Aber kannst du reanimieren, wie das Hoyerswerdsche vorher klang, bevor es da so… Nee, das kann ich nicht. Nee. Wahrscheinlich schon… Mit Lausitz-Tendenz. Mit Lausitz-Tendenz, aber in Hoyerswerda steht ein Schloss. Das hat ja auch eine Mätresse von August dem Starken gekriegt, die Osula, Cordula, Osula, Osula, Cordula, Täschen von Täschen. Was du alles schießt. Ah, das ist… Ja gut, wenn man aber in Heimatkunde aufmerksam war und gezeichnet hat… Dagegenüber war ja auch die Kulturfabrik, das war ja mein Schloss. Das hast du schön gesagt. Und ist jetzt auch wieder da. War eine Zeit lang woanders, am Rand der Stadt und jetzt ist sie wieder in die Stadt gekommen. Die Bank ist doch nicht eingezogen in die Kulturfabrik, wie das Gerücht damals ging. Und jetzt ist dort wieder Kultur drin. Und neben der Kulturfabrik, da gibt es das kleine Hexenhäuschen. Oder gab es, das war unsere Siebdruckwerkstatt. Das hieß Hexenhäuschen? Wir haben das so genannt. Das hatte kein fließend Wasser. Hat es Strom gehabt? Ich weiß es gar nicht. Wir haben Wasser geschleppt. Aber fließend Wasser beim Siebdruck ohne fließend Wasser ist… Wir haben uns dann so ein altes Gurkenfass aus dem Spreewald oben auf dem… Auf dem Kahn kommen lassen. Auf dem Wasser, auf die Waschanlage gebaut. Und das musste man dann immer mit dem Schlauch fluten. Im Winter besonders interessant den Schlauch erstmal übers Gelände ziehen. Und dann hatten wir da Wasser und Strom muss es gegeben haben. Aber braucht man nicht so eine Art Hochdruckreiniger, um die Siebe sauber zu spülen? Wie macht man das denn mit dem Gurkenfass? Da muss ja einer mit der Schildkröte reinpumpen. Der Hochdruckreiniger braucht ja nur einen konstanten, leichten Druck. Da muss nur Wasser nachfließen können. Und da zieht sich das dann schon. Und da fing alles an bei dir? Da haben wir für die Soziokultur, also für Kinder gedacht, war es für Kinder, Siebdruckkurse zu machen. Die kamen auch, aber jedes Kind nur einmal. Na klar. Das war denen zu viel Arbeit. Wir haben den Kindern gleich von Anfang den Zahn ziehen wollen, dass man drucken kann und nur drucken, sondern dass zum Drucken auch sehr viel Putzen gehört. Und das war vielleicht pädagogisch nicht so richtig. Und wie viele Kinder gab es damals noch in Hoyerswerda? Oh, viel. Ja? Ja, ja. Da seid ihr lange hingekommen mit den Kursen. Ja, ja. Nee, das ging auch nicht allzu lange. Dann war auch schon der Umzug. Und die Siebdruckwerkstatt ist von da in den Dachboden. Also das war schon ganz schön krass, eine Siebdruckwerkstatt in den Dachboden zu bauen und das ganze Papier und diese Maschine da auch zu schleppen. Dort war sie dann auch nochmal ein, zwei Jahre und dann war auch die Zeit, dass ich umgezogen bin nach Dresden. Und hast du das Zeug dann mitgenommen oder dir eine eigene gebaut? Später, der Kollege, mit dem ich das angefangen habe, der hat dort auch sehr lange gedruckt. Dann irgendwann hat er aufgehört, sich mit anderen Sachen beschäftigt und dann war der Tisch wieder frei, stand auch tatsächlich im Regen und hat mich die Kufe angerufen. Mensch, Meier, Lars, willst du nicht den Tisch abholen hier? Der tut uns ein bisschen leid da. Jetzt steht er im Riesa-EV. Die haben auch eine Werkstatt. Die haben eine große Druckwerkstatt mit allen möglichen Druckverfahren. Also das hatte ich auch irgendwann mal vor, mich noch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber man hat am Ende doch bloß zwei Arme. Und die sind schon so auf Rakel eingestellt. Eine Kaltnadelradierung würde dich nicht reizen. Doch, reizt mich, reizt mich alles. Reizt mich alles ungemein. Aber ich bin so gefangen in diesem Siebdruck-Alltag, dass ich wenig Zeit für noch andere Sachen habe. Das ist tatsächlich so. Aber du bist ja sozusagen reingerutscht in dieses ganze Medium. Ja, so könnte man das nachdenken. Ich bin wirklich reingeschlittert. Und das war vorher auch nur Hobby und kein Beruf. Also du hast am Anfang, was hast du gesagt? Ich war gelernter Elektroniker. Mehr oder weniger zwangsweise zum Elektriker umgestuft. Weil Elektronik... Umgepolt. Wie ich das umgepolt habe. Weil Elektronik, wie ich das gelernt habe, einzelne Bauelemente aus der Leiterplatte rauslöten. Das war mit der Wende sofort obsolet. Da wurden ganze Leiterplatten weggeschmissen. Also da auch mein Beruf. Du warst so ein Fernsehfritzer, der repariert hat. Na, im Tagebau. Ich habe keine Fernseher repariert, sondern Bagger. Ah, okay. Wenn dem Gundermann sein Bagger mal gestolpert hat, dann habe ich den wieder ganz gemacht. Da hast du den Elko gewechselt. Genau. Ah ja. Ach wirklich? So richtig auf den großen Baggern hast du... Da ist ja noch mehr als Bagger. Da gehört ja noch die ganze Förderanlage dazu. Also da ist viel Strom. Das machen die heute nie mehr von Hand. Und das wurde auch zu DDR-Zeiten schon viel mit Elektronik unterstützt. Obwohl Elektronik... Also es war schon noch viel Relais-Technik. Ah ja. Hast du den Gundermann kennengelernt? Hast du ihn mal während Schicht in Bagger repariert? Ich war nicht im Tagebau. Ich war in einem anderen Tagebau. Ich war in Berwalde. Und der war irgendwo in der Nähe von Spremberg. Auf der anderen Ecke. Auf einer anderen Seite. In der Nähe von Pumpe. Oder Spreetal, glaube ich, da die Ecke war der. Aber ja, kennengelernt habe ich den in der Kufa. Da hatte der ja seinen Proberaum. Und immer wenn der kam, da war da auch ein bisschen Stimmung. So alle so aufgeregt. Heute ist wieder eine Bandprobe mit Gundi. Und der kommt heute auch. Und da war dann die ganze Seilschaft. Oder wie hießen sie damals? Waren es die Feuersteine? Ja, das hat mich gar nicht so sehr interessiert. Man kannte ihn. Ich kannte ihn auch. Ich habe dann eine Zeit lang im Baumarkt gejobbt. Also gejobbt ist zu wenig gesagt. Ich habe dort lange Zeit gearbeitet. Und mir die Thaler für meine Kunst verdient. Und der Gundermann war mein Kunde. Der kam immer lang, wenn er was Elektrisches wissen wollte. Da kam er zu mir. Im Baumarkt. Da habe ich ihn beraten. Ja, war angeschlürft mit seiner Jogginghose. Da wusste ich schon, alles klar, das wird heute wieder länger. Ja. Na ja. Das wollte ich auch gerade sagen übrigens. Was denn? Du wolltest sagen, du warst der, den man immer nicht gefunden hat, wenn man mal eine Frage hatte. Aber ist ja klar, wenn er immer Gundermann beraten hat. Ja, ja, klar. Vielleicht ist das in allen Baumärkten so. Dass die immer gerade einen Baggerfahrer beraten. Das heißt, du hast dann sozusagen deine Kunst, den Kunstdruck dir durch Nebenjobs in Anführungszeichen. Oder durch Hauptjobs. Also das war schon Programm. Also ich weiß einmal, also im Tagebauarbeiten hieß, um vier an der Bushaltestelle stehen, früh. Ja, mir ist schon vollkommen klar. Also eigentlich schlafend, also anstehen, wenn man sitzen wollte. Also das heißt, wenn man weiter schlafen wollte, musste man wirklich pünktlich da sein. Und dann noch so eine halbe Stunde zu ratzen, bis man im Tagebau war. Und weiß ich nicht, um sechs war dann schon ein größeres Frühstück. Und wenn es dann um acht war, war dann schon das zweite Frühstück. Und da weiß ich noch, einen Tag, da war ich auf irgendeinem Bagger in so einer Kantine, wo so drei, vier Maschinisten gerade die letzten Eierbrötchen weg aßen. Und das war immer so meine einzige Freude am Tag. Dieses Eiersalatbrötchen. Die futterten da das letzte weg und ich blieb dann bloß mit einem, weiß ich nicht, was ich dann als Ersatz gekriegt habe. Blatt Petersilie. Und dann höre ich im Radio so einen Spruch wie, guten Morgen, ein schöner Tag und sonst irgendwas. Und ich denke, mein Tag geht schon vier Stunden, du. Du da im Radio. Das würde ich mal haben. Um acht, guten Morgen sagen und um acht, das erste Essen zu mir nehmen. Das war, da habe ich mir gesagt, das machst du hier nicht lange. Das musst du irgendwie einen Ausweg finden. Deine Kunst muss dich hier rausziehen aus dem Ding. Das musst du schaffen, Lars. Also ansonsten wirst du hier in diesem Tagebau geflutet. Ich muss noch mal ganz kurz zwischenfragen. In dem Bagger selber war eine Kantine. Die Bagger, das waren kleine Fabriken. Da gab es, war es auch eine Brücke, kann auch sein. Bagger waren jetzt nicht so groß. Waren schon groß, aber selbst da, also ich habe da nicht durchgeblickt, wer da jetzt eine Kantine hat und wer nicht. Es gab jedenfalls reichlich Kantinen im Tagebau. Aber direkt in diesem Gerät drin. In diesen Geräten gab es dann so eine Metallklotz. Da gab es dann auch was zu essen. Vielleicht nannte man das nicht Kantine, aber man konnte da hingehen und sich was zu essen holen. Der Eibrötchenraum. Ja, so zum Beispiel. Aber so früh war sozusagen schon das Ziel, das zu ändern. Das musste geändert werden. Das war nicht mein Job. Also das sollte nicht mein Leben werden. Und dann kamen die Wände. Also die Perspektive änderte sich sehr schnell. Auf einmal war das ja, wie ich gerade beschrieben habe, total unwichtig, was ich mache. Oder was ich konnte. Meine Skills waren plötzlich kaputte Bauteile. Auf Leiterplatten finden war jetzt nicht mehr das, was gefragt war. Jetzt musste man schnell eine neue Leiterplatte und einen Mülleimer für die alte finden. Das war jetzt der neue Skill. Jetzt gibt es ja Repair-Cafés, wo deine Skills vielleicht wieder gefragt wären, oder? Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Auch, dass sich vor allem junge Leute damit beschäftigen. Also Kids. Und finde ich, das ist auch spannend, wenn man das macht. Ich würde es nicht mehr machen wollen. Ich habe das abgeschlossen, das Thema. Du hast jetzt einen neuen Job gefunden in dem Sinne. Ja, hat meinen Alten aus dem Kindergarten wieder reagiert. Mit vom Kartoffeldruck. Nur, dass du nicht mehr mit Quarkspeise bezahlt wirst. Nee, aber am Ende doch. Ja, weil du dir Quarkspeise kaufst. Ja. Vom Salär. Ja, richtig. Ja. Bist du Quarkspeise-Fan? Ah, bei sowas von... Quark generell? Mit Leinöl? Quarkkartoffeln. Ja, da sind wir einig. Also richtiger Lausitzer. Ja, Neuerswerda ist ja auch die Leinölmühle. Ich habe da jetzt neulich was gehört, aber das will ich jetzt so gar nicht sagen. Nachher stimmt das nicht. Man hört ja immer viel. Auf jeden Fall das beste Leinöl aus der Lausitz oder überhaupt, würde ich behaupten, kommt aus Heuerswerda. Die Lausitzer Ölmühle. Und dann gibt es ja noch die Ölmühle Moog in Lommatsch, in Lümsch. Die machen so ganz biozertifiziertes Öl so. In kleineren Mengen nehme ich an. Also vielleicht nicht so wie in Neuerswerda. Das klingt nach einer großen Mühle. Wie Öl aus der Wand. Ja, genau. Müsste man mal eine Ölverkostung machen. In Rieser haben wir auch eine Ölmühle. Ja. Das hat immer gerochen. Das Ölwerk. Sie ist immer der Rapskuchen, hat mein Fadi immer gesagt. Das ist das, was übrig bleibt beim Rapspresse. Der Presster. Und das hat immer sehr unangenehm gerochen, wenn der Wind schlecht gestanden hat. Da haben wir in Röderau auch was davon gehabt. Da war mein Kindergarten in der Nähe. Ich habe das auch immer gerochen. Das roch so ein bisschen oll. Ja. Wie Kotze. Aber nicht so säuerlich. Entsäuerte Kotze. Wie entsäuerte Kotze. Also auch unangenehm. In der Mittagspause, weil wir auf dem Hof waren und gespielt haben. Bananenkotze zum Beispiel. Richtig. So säuerlich. Richtig, ja. Wir hatten so einen Fliegenpilz-Kletterturm im Hof vom Kindergarten. Und wenn man da oben war, dann hat man das gut riechen können. Naja, kommen wir zu was Erfreuliches. Ich würde mal so ein paar Namen droppen, für die du, ich sag extra droppen, weil dann klingt es nach Szene und nach Ahnung und nach Musik, Namen von Bands, für die du, Lars P. Krause, Poster gemacht hast, sogenannte Gig-Poster, Foo Fighters, Nine Inch Nails, Boss Hoss, Slayer, Green Day, Beatsticks, Deftones, Soundgarden, Pearl Jam, Billy Talent, Wanda, Motor Psycho. Fehlt noch jemand? Materia. Materia. Man müsste eigentlich sagen, für wen hast du noch keinen Poster gemacht? Da fallen mir nochmal genauso viele ein. Es gibt auch noch ein paar, da warte ich noch drauf, das sage ich jetzt aber nicht. Dass die dich anfragen? Ja, ja. Wer wäre dein absoluter Favorit, wo du sagen würdest, da möchte ich nochmal einen Poster machen? So was habe ich nicht. Aber es gibt so ein paar, die fände ich einfach der Vorständigkeit halber noch interessant. Also ich kann ja mal sagen, zum Beispiel würde ich gerne für ein Udo Lindenberg einen Poster machen. Der gehört einfach zu meiner DDR-Wendegeschichte dazu. Wer kennt den Sonderzug nicht? Und dann ist das ein echt cooler Typ, so viel weiß ich. Aber der macht ja selber Likorelle. Ja, wahrscheinlich malt er sich die Dinger selber. Ja, genau. Gibt es irgendwie eine Idee, die du im Kopf hast für irgendwen, wo du wartest, dass du sie mal realisieren kannst? Oder anders gesagt, hast du für Udo Lindenberg schon eine Idee im Kopf? Nee, 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 nee. Da hat es nichts. Aber wenn er jetzt sagen würde, Lars, mach mir mal was, dann wäre die Maschine an, oder? Dann geht die Maschine an und dann bin ich mir auch sicher, dass ich den kriege. Also kriege mit im Sinne von, dass ihm gefällt, was ich mache. Ja. Vielleicht würde ich auch Likör in die Farbe rühren, extra, wenn das gewünscht ist. Und wie muss man sich das vorstellen? Da ruft eine Band bei dir an oder ein Manager und sagt, wir brauchen... Wir müssen nochmal in Hoyerswerda anfangen. Im Hexenhaus. In einem kleinen Hexenhaus. Ja. Jetzt waren die Kinder nicht da, beziehungsweise sind alle nur einmal gekommen. Und irgendwann waren alle Kinder, die sich halbwegs überhaupt für dieses Thema interessieren, durch. Und dann hatten wir jetzt eine Siebdruckwerkstatt. Und was machen wir denn jetzt? Und dann gab es einen Haufen Freunde, die Bands gegründet hatten, als Ausweg aus der Misere. Oder die Kinder haben dann Bands gegründet. Die waren einmal da, haben gedacht, jetzt lass uns eine Band gründen. Ja, lieber eine Band als eine Siebdruckwerkstatt. Die sahen ein bisschen älter aus, die da kamen. Waren eher mein Alter. So Kumpels waren das einfach, ne? Jedenfalls, die brauchten Poster. Man muss sich das so vorstellen, Internet war noch nicht erfunden. Also es gab keine Internetdruckereien. Und wer jetzt ein Poster wollte, ein Plakat, um in Bernsdorf zu sagen, jetzt ist hier heute Abend auf dem Saal, der soll heute eine Band spielen. Da konnte man es entweder mit Kreide auf die Straße malen oder bei mir ein Poster bestellen. Geil. Denn das Poster bei der Druckerei, die einzige, die mir jetzt einfällt, die sowas gemacht hat, die war in Görlitz. Und da hat ein Poster, 100 Stück, 1000 Mark gekostet. Die Band hat das in der Kasse. Na ja, du hast dann 1000 Poster gekriegt. Ja klar. Bei 100 haben sie dir nicht gedruckt. Und da gab es doch noch nicht mal so Kopierer in A3 oder so, ne? Das gab es schon. Da wurde doch noch mit Omic. Aber da musste man schon eine Weile fahren. Ja. Ich habe tatsächlich mit dieser Copyart eine Weile rumexperimentiert. Also Sachen auf dem Kopierer so zusammenschieben, noch Typo drauf basteln und nochmal eine Copy ziehen. So habe ich für meine erste Band das Cover gemacht für die Kassette. Ja, dann warst du ganz nah dran am Siebdruck. Weil das ist der nächste logische Schritt, ist dann Siebdruck. Und ja, dann die ersten Poster, die wir damals gedruckt haben, waren für diese Bands. Ich habe dann immer einen Logenplatz gekriegt bei den jeweiligen Konzerten. Und durfte dann auch mal eine Triangel mit betätigen an einer Stelle, damit ich mit auf die Bühne kann oder so. Ach ja, und eine Kiste Bier war immer so meine Bezahlung. Dabei habe ich bloß Milch getrunken. Gibt es ein Hoyerswerda Bier oder gab es? Ein Hoyerswerda Bier, nicht, dass ich wüsste. Ich will jetzt aber auch niemanden auf die Wüste treten. Also mit Milch kenne ich mich besser aus. Bist du wirklich Milchtrinker? Gewesen. Ja. Jetzt dann irgendwann, wenn die dir immer Bier hinstellen, dann trinke ich auch Bier. Man kann ja auch in der Übergangsphase, wenn man von Milch auf Bier umsteigt, das auch mischen erst mal. Das ist eklig. Gibt es Bierdruck? Ich habe das schon gemacht, ja. Ich denke, es gibt Leute, die haben Bierdruck. Das gibt es bestimmt, ja. Mir gefällt das, dass wir thematisch so viel in Hoyerswerda sind. Heute? Ja, weil die großen Städte und so, das machen alle. Die ganzen Städte sind doch bloß groß, weil die Hoyerswerda schon weggezogen sind. Könnte sein, ne? Ja, es sind ja einige berühmter Hoyerswerda. Es war wirklich viel, es gab viele, viele Kinder in meiner Zeit da. Also es war so Honeckerbuckel, glaube ich, nennt man das. Was ist das? Da gab es, ganz genau bin ich nicht informiert, was das war. Ich würde mal sagen, in der Bevölkerungsstatistik gibt es so einen Begriff. Wenn man sich diese Pyramide anguckt, dann gab es da so einen Buckel. Ja. So nennen die das. Wo die Geburtenrate durch irgendeine Förderung, irgendwas haben sie ausgeschüttet an Geld oder an... In meiner Klasse war jemand, die hatten sechs Geschwisterkinder. Und da war, so ging die mehr, Erich Honecker, der Patenonkel. Und das Letzte, der Letztgeborene hat einen Kosmonautenanzug geschenkt gekriegt. Der Nächste hätte wahrscheinlich schon die Fahrt zum Mond bezahlt gekriegt. Aber so als Spielding, vielleicht hat die auch gepranzt, womit wir bei einem schönen sächsischen Wort wären. Kennst du das, Pransen? Ja, klar. Ja, auch aus Heuerswerda? Ich mach's aber nie. Also Pransen ist nicht mein Ding. Aber das kennt man auch in Heuerswerda. Pransen, ich würde sagen, ist auch in Heuerswerda. Sehr gut. Sehr gut. Damit hätten wir für heute Cordula seine Sprachecke abgehakt. Das Wort Pransen. Zurück zum Honeckerbuckel. Meinst du das, dass man für Kinderreichtum von Erich Honecker belohnt wurde? Diese Stadt war voll mit Kindern und die sind jetzt nie mehr da. Und auch die vielen Leute, die da weggezogen sind. Also ich kann mich erinnern, die Grenze war gerade offen und die ersten Zeitungen aus dem Westen waren in unseren, ich war wieder auf der Suche nach einem Eulenspiegel und was habe ich mitgenommen, eine Frankfurter Allgemeine. Kann auch eine andere Zeitung gewesen sein. Kann auch die Süddeutsche gewesen sein oder die Taz. Weiß ich jetzt nicht mehr. Oder der Merkur. Auf jeden Fall war es gar nicht so witzig, was da drin stand und zwar, dass meine Stadt haben die da drin erwähnt und haben gesagt, diese Stadt wird exemplarisch beleuchtet und haben die das untersucht, dass in so und so vielen Jahren diese Stadt nur noch 15.000 Einwohner haben wird und das werden alles Alte sein. Und ist es so gekommen? Ich glaube, es sind noch ein paar mehr, aber es ist auch wie überall in Rückzug zu beobachten. Also viele Leute haben entdeckt, Bayerischer Wald ist auch nicht so schön, da kommen sie wieder. Kommen wieder nach Hoyerswerda. Es gibt, ich habe die Zahlen von Hoyerswerda nicht im Kopf, aber ich behaupte, auch da wird es nie wieder 77.000. Ganz ehrlich, das war künstlich aufgeblasen. Arbeitskräfte in die Kohle, in die Energie, das war absolut ungesund für die Region und künstlich. Das muss man sagen. Aber ich glaube, diese Schrumpfung, das hat diese Stadt auch nicht verdient gehabt. Jetzt wird es gesund, irgendwann ist das Verhältnis so wahrscheinlich, wie die Region das ertragen kann. Betriebe werden sich gründen, haben sich gegründet. Ja, Arbeit wird zurückkommen, wird irgendwie sich auch wieder normalisieren. Aber lange Zeit sind die Leute einfach nur in eine Richtung. Da haben sie sich das Ortseingangsschild nur als Ortsausgangsschild angeguckt. Ost-West-Osmose. Hoyerswerda ist ja das Detroit-Sachsens, sagt man ja auch. Lars, was können wir tun? Ich bin ja grundsätzlich eigentlich postwachstumsinteressiert. Also ich bin interessiert, was wird es werden auf dieser Welt, wenn etwas aufhört zu wachsen. Uns wird ja immer eingeredet, es muss alles wachsen. Ich wachse schon 20, 30 Jahre nicht mehr, geht hoch. Deswegen nehmen wir auch die alte Farbe von dem Steigerplakat jetzt nach für uns. Wir haben schon über die Kids geredet, die wieder lernen, Elektronik zu reparieren. Geht alles wieder. Ja, also man besinnt sich darauf zurück, man muss nicht immer alles neu haben. Man kann auch ohne Wachsen ganz gut leben, aber es sollte nicht alles schrumpfen, sagen wir mal so. Es sollte aufhören, irgendwann einzugehen, sondern das kann sich ja auch von einem Level halten, das uns angenehm ist, was verträglich ist mit der Umwelt, was verträglich ist für die Menschen, für die Gesellschaft. Das finde ich schon ganz gut. Deshalb will ich gar nicht, dass die Leute zurückkommen, aber man sollte auch fernweg zu gehen und sich woanders das große Glück zu erwarten. Das ist oft nicht anders. So könnte man das vielleicht sagen. Aber man muss die Lehre erst mal erkennen. Wie du sagst, das ist im Bayerischen Wald auch nicht. Wobei, im Bayerischen Wald ist es schon auch schöner als in Hoyerswerda. Was gibt es in Hoyerswerda? So an Natursehenswürdigkeiten? Wahrscheinlich viel Wasser rundherum. Viel Wasser und das wird immer mehr. Ja. Und im Moment meine ich jetzt nicht den Regen. Das ist einfach, weil die dort ein Loch nach dem anderen fluten und ein Segelboot draufsetzen. Aber ist doch schön eigentlich, oder? Ist schön. Solange es auch nicht umkippt. Solange kein Zaun drum gebaut wird. Ja. Gibt es nicht den Ostsee? Das war der Knabensee und da ist jetzt ein Zaun drum. Ah ja. Ja, schon zehn Jahre. Und warum? Weil er zu sauer ist? Weil er umgekippt ist? Saniert, wird saniert, wird repariert. Könnte man da baden gehen? Da konnte man früher sehr gut baden gehen und mit dem Boot drauf rumfahren. Mit der Luftmatratze oder mit dem Tretboot. Okay. Kleine Ostsee. Ein Campingplatz am anderen linksrum. Da habe ich so meine Kindheit verbracht. Auf diesem See. Ich weiß noch eins. Ich war mal an der Ostsee. An der richtigen Ostsee. Mit meinem Moped. Bist du bis hoch gefahren? Ja, ja. Wir sind mit dem Moped bis an die Ostsee gefahren. Wir haben mit dem Moped alles gemacht. Also wenn wir an Bodensee hätten fahren dürfen, hätten wir auch das gemacht. Aber das durfte man da noch nie. Mit dem S1-50? S1-50 Shopper umgebaut. Hast du noch ein Bild? Ich habe so Bilder noch, ja. Ja. Ja, aber schlechte Bilder, ja. Und ich werde auch ganz traurig, wenn ich die angucke. Als Shopper umgebaut heißt eine längere Gabel und den Lenker so hochgebogen? Alles, was man nicht durfte. Ah ja. Alles, was man nicht durfte. Das Schutzbild gekürzt. Das war dann, wenn die Polizei mich angehalten hat, wenn man da jemanden erwischt, das ist Benen ab. Da ist doch noch ein Reifen davor. Und dann hinten so ein Anhänger hinten dran? Nö, das war, die Tasche hat gereicht. Okay. Wusste ich dann noch nicht. Ich dachte, das kann was werden. Aber nach 14 Tagen war meine Hose immer noch sauber. Aha. Also, man konnte sich überall hinsetzen, ohne Drecksch zu werden. Das war nämlich in Hoyerswerda nicht so. Wenn ich da mich auf eine Bank gesetzt habe, wo vorher schon jemand gesessen hat, habe ich trotzdem eine Dreckschirhose gehabt. Ja. Weil die Luft so von der Kohle, von dem Kohlestaub so dreckig war, da erinnern sich die Leute halt nicht mehr dran. Aber man war immer dreckig. Ich weiß das von Leuten aus Espenhain, dass die nicht die Wäsche raushängen konnten, weil die Wäsche nach dem Waschen und trocknen draußen dreckiger war als vorher. Genau. Spätestens, wenn die Luft ungünstig stand, also entweder man hat es von der Schweinemastanlage gekriegt, dann hat es gestunken oder aus der anderen Richtung, war alles Drecksch. Ja. Also, es war wirklich, es war angeblich nicht schlimm, weil dieser Kohlestaub sich abbaut in der Lunge. Aber hat man erzählt, oder? Ja. Hat man uns erzählt. Erzählt man auch jetzt noch? Wie soll sich das abbauen? Keine Ahnung. Aber es gibt auch Aktivkohlefilter, das ist bestimmt für irgendwas gut. Das stimmt, ja. Oder man ault halt wieder raus. Ja. Ja. Also, genauso auch Nasenschnauben. Man merkt es schon, dass alles ein bisschen anders ist. Und dieses, das ist mir so deutlich aufgefallen an der Ostsee, weil ich so wenig Gepäck hatte mit meinem Moped, nur eine Hose mit, die ich anhatte und kam zurück und die war immer noch sauber. Also, so sauber wie eine Hose nach 14 Tagen sein kann, aber kein Kohledreck dran. Ja. Wo wart ihr denn an der Ostsee? Rügen. Ja. Rügenrundreise dann, oder? Nö, wir haben dann irgendwann einen Campingplatz gefunden, wo man möglichst nah am Wasser und wo wir nicht jedes Zelt bezahlen mussten. Also richtig, als Gang? Als Gang, ja, ja. Rocker, Moped, Gang. Wie hieß ihr? Wie hieß euer Chapter? Sowas gab es damals nicht. Wir waren die aus Hoyerswerda. Ah ja. Das hat gereicht. Ja. Da gab es nur eine Gruppe. Ach du liebe Güte, die aus Hoyerswerda. Ja. Warst du noch bei der NVA? Ja, ja, da war ich noch. Das hast du auch noch mitgemacht? Das musste ich auch noch mitmachen. Da gab es auch noch keine Möglichkeit. Also der Eppelmann, der dann den Zivildienst eingeführt hat, der ist erst exakt 14 Tage nach meiner Einberufung zum Armeegeneral oder wie man da gesagt hat, weiß ich nicht, wie ist das, Oberwaffenaffe geworden. Und der hat dann gesagt, nö, die können jetzt auch Zivildienst machen. Und da habe ich mir sofort einen Zettel gemacht. Den hatte ich dann oben in meiner Jacke drin. Ich wünsche die sofortige Überstellung in den Zivildienststand da drauf. Habe ich aber nie eingesetzt. Den hast du in der Jacke, falls du mal verwundert gefunden wirst? Falls mich einer blöd anmauzt. Ah ja. Ja. Das war Wild West. Also ich könnte euch das nicht vorstellen. Meine Zeit bei der Armee war eigentlich, die Ostchefs haben nichts mehr zu sagen gehabt oder haben sich nicht mehr getraut, weil sie ja schon, da gab es schon die erste Sortierung sozusagen. Wer hatte hier Stasi-Vergangenheit und so. Die waren alle ganz ruhig. Und die vom Westen, die waren ja deine besten Freunde, die haben sich, weil die wussten, dass wir gelernt haben, auf die zu schießen. Die sahen genau aus wie unsere Zielscheiben damals. Vor 14 Tagen war ja noch Grundwehrdienst so ungefähr. Alles übertrieben. Aber das war Wild West. Wir konnten machen, was wir wollten. Wir haben jeden Tag nach Hause gefahren. Und das war ja die Zeit, wo es auch keine Arbeit gibt. Man musste sich erst mal umorientieren. Also wir haben das auch alle genutzt, irgendwie erst mal Fuß zu fassen in dieser neuen Zeit. Die Leute, mit denen ich da zusammen war, waren echt, ich habe mit den Leuten aus der Küche auf einem Zimmer gelegen. Also ich hatte dort richtig rosige Zeiten. Es lief nicht eher wie Eierbrötchenknappheit auf dem Banner. Nee, also wirklich gar nicht. Und dann zweites Abendbrot im Offizierscasino, wenn die weg waren. Klingt wirklich nach Wild West. Und dann? Wild Ost. Wild Ost. Dresden. Dann Dresden. Dresden, Neustadt. Dann bist du selber abgehauen aus Hoyerswerda. Ja, dann bin ich selber abgehauen. Ich wollte eigentlich nicht abhauen. Ich wollte mich weiterbilden. Ich dachte, jetzt kann ich hier gut zeichnen. Jetzt machen die hier alle mit dem Computer. Dann musst du auch lernen. Musst du mal irgendwie in so eine Schule suchen, die das anbieten. Und dann habe ich eine Schule in Dresden gefunden, wo ich noch so ein bisschen mit dem Computer rum gelernt habe. Ja, als ich da fertig war, war ich selber Dozent. An der Schule? Hat so gut geklappt, habe ich so gut eingefressen, das ganze Wissen. Und habe dann selber die Nächsten in dem Beruf oder in diesem Bildungsbereich unterrichtet. Das heißt, du hast eine künstlerische Ausbildung. Du bist nicht reiner Autodidakt. Du hast da auch was. Tatsächlich, eine künstlerische Ausbildung ist das gar nicht. Es ist eher eine technische. Ja. Wie setze ich das, was ich möchte, auch noch am Computer um? Also das ist heute für den Siebdruck nicht ganz unwichtig. Weil wenn ich das ganze Zeug gezeichnet habe, muss ich es ja irgendwie auf Sieb kriegen. Das kann man alles auch mit Skalpell und Klebefolie machen. Aber die Variante da als Zwischenschritt den Computer zu benutzen, also die Zeichnungen zu scannen und dann am Computer die Farben zu separieren und dann wieder in den Analogbereich zu wechseln, also zum Druck, hat sich als sehr gewinnbringend Zeit, wie auch gestalterisch gewinnbringend herausgestellt. Und alle meine Kollegen machen das so. Also ganz wenige, die mal, es gibt welche, die machen das pur analog. Es gibt Leute, die den Computer komplett weglassen, aber ganz komplett dem Frieden glaube ich nicht, weil man muss diesen Film irgendwie nochmal herstellen. Also diese Schablone, mit der nachher belichtet wird, die muss her. Und da ist der Computer wirklich hilfreich. Also es wäre so, als würde ich den Bleistift ablehnen. Hat man das früher wirklich nochmal im Skalpell rausgekratzt? Ja, man könnte das, es gibt eine RISO-Folie, also das ist eine rote UV-Licht sperrende Folie. Da kann man durchgucken, die kann man auf seinen Entwurf drauflegen und dann mit einem Messer die Bereiche rausziehen, die man nicht haben möchte. Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz für die technisch interessierten Menschen, die das hier anhören, erklären, wie das mit dem Sieb genau funktioniert. Das Sieb wird eingestrichen mit einer Paste, sage ich jetzt mal, oder? Und die kann im UV-Licht aushärten. Ja, also das Sieb an sich ist offen. Würde ich da jetzt Farbe draufgießen und mit einem Rakel drüberziehen, wäre der Fleck auf dem Papier oder auf dem Stoff genauso groß wie der Klecks auf dem Sieb. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich jetzt möchte, dass der Klecks auf dem Papier oder auf dem Karton genauso groß ist, wie ich ihn haben möchte, dann muss ich den an gewissen Stellen sperren. Und dazu wird das Sieb beschichtet. Diese Emulsion, diese Siebdruckschicht nennen wir das. Die zieht man da drüber. Dann kommt das in den Trockenschrank. Und zum Belichten wird dieser besagte Film, der wird zwischen eine UV-Lampe und das Sieb gebracht. Und wenn man jetzt dieses harte UV-Licht auf diese gehärtete Emulsion in dem Sieb strahlen lässt, erzeugt der Film ein Schatten. Und dort, wo der Schatten hinfällt, bleibt diese Emulsion wasserlöslich. Das heißt, ich muss jetzt nur noch mit einem Wasserstrahl, muss man jetzt diese nicht belichtete Stelle, also nicht gehärtete Stelle auswaschen. Und schon hat man die Schablone hergestellt. Wieder warten. Also viel Zeit zum Milch trinken oder jetzt Bier. Viel mit warten tatsächlich. Warten und putzen. Das ist nichts für Kinder, sage ich euch. So, jetzt sind wir wieder in unserem Hexenhaus. Dann bin ich von Neuswerder zu dieser Lehre nach Dresden gekommen. Und meine grafischen Fähigkeiten wurden hier von ein paar mittlerweile zu guten Freunden geworden und teilweise auch schon wieder Dresden verlassenen Leuten. Willkommen entgegengenommen und meine Musikaffinität, sage ich mal, für Rock'n'Roll, alles, was so nicht unbedingt in den Charts läuft, dann bin ich bei Fanscience eingestiegen. Fanscience, kennt ihr das noch? Das sind so Magazine, so Fan-Magazine. Ja, Leute, die so ein bisschen journalistisch tätig werden wollen, aber eigentlich in ihrer Sparte gibt es keine Zeitung, wo sie jetzt schreiben können, da machen sie selber eine. Und das war in Dresden das Flying Revolverblatt. Das waren so meine Leute, die haben sich beschäftigt mit Oldschool Rock'n'Roll. Also so Bands, die Rockmusik handgemacht, schnell, derbe, also genau die Musik, für die ich eigentlich, wo sie es wieder deckt, die viel mit Gigposter zu tun hatten. Sagen wir es mal so. Und ja, wieder so eine Redaktionssitzung, das muss man sich so vorstellen, im Hinterhof in der Luisenstraße. Der Chefredakteur, der Uli, war ein guter Freund von einem Typen aus Berlin, der hatte eine Band. Der kam auch immer zum Grillen vorbei und da kam er mit der Geschichte, ja, wir haben jetzt einen Major-Deal. Wir werden jetzt bald bei Warner einsteigen und dann machen wir eine Tour. Ein Jahr nur Studio und dann gibt es eine Tour. Und das war einer von den Beatstakes. Und dann gab es das erste größere Poster für die Beatstakes, deren Debüt-Tour mit Endstation, Doppelkonzert, Columbia Halle. Und dafür wollten sie ein Poster haben. Und da habe ich etwas hingezaubert. Und zwar, wie ein Clown ein Hasen aus dem Hut zieht und der Hase kloppt dem mit der Gitarre ins Gesicht. Ah ja. Der Clown stand stellvertretend für die Musikindustrie und der Hase war so der freche Beatstakeshase. Das hat man so am Gürtel, der hatte einen Nietengürtel um. Da war das Beatstakes-Logo so als Schnalle. Das hat vielen Leuten so gut gefallen, danach konnte ich mich nicht mehr retten. Also Berlin habe ich natürlich in die richtige Kerbe gehauen. Die Poster sind verkauft worden, aber auch viel hinter der Bühne, ans Label, an was weiß ich, wer da alles beschäftigt ist. Das verstehe ich bis heute nicht, wie das funktioniert alles. Ja, und dann muss man sich das vorstellen, auf jedem Poster steht mein Name, dann hatte ich auch Internet, meine Webadresse und dann ging das los. Dann kamen die alle. Und dann kam Green Day, weil die irgendwie ein Platin-Award gekriegt haben. Da kam natürlich nicht Green Day, sondern dann kommt irgendein Manager, der das braucht und der sieht, ach, hier macht das einer wie wir in Amerika, mit Siebdruck. Dann kann doch der das machen, dann müssen wir das mit dem Flugzeug mitbringen. Dieses Gig-Poster, das ist eine amerikanische Erfindung. Ich würde das nie sagen, weil am Ende ist es ja nichts weiter als ein gesiebdrucktes Plakat. Und Plakatwände gibt es in Amerika so ja gar nicht. Die Litfaßsäule, so wie wir die kennen, also die Plakatankündigungsfläche, das ist schon so ein ureuropäisches Ding. Und die Amerikaner, die haben neben der Tür am Club, ich verallgemeine jetzt alles, die haben neben der Tür im Club ein schwarzes Brett und da steht ein Zettel, wann welche Band spielt. Irgendwann haben sie angefangen, Copy Art, das ein bisschen schicker zu machen. Dann haben die Leute angefangen, diese Zettelchen zu sammeln. Oh, was, Pearl Jam, kenne ich gar nicht die Band. Spielen hier in unserem kleinen Club. Oh, Seattle, kommen die ja her. Na, das gucke ich mir doch mal an. Und dann haben die diese Zettelchen gesammelt und irgendwann haben die Club-Betreiber gesagt, die Zettel, davon könnten wir 100 Stück verteilen. Da könnten wir jedem noch einen Dollar abziehen für die Kopie. Das machen wir. Und dann haben die einen Zettel vorne dran gehangen, 100 hinter die Theke gelegt und jeder, der das haben wollte, das kleine Copy-Ding, hat es gekriegt. Und irgendwann haben sich wieder welche gesagt, das mit dem Copy sieht doch viel zu scheiße aus. Lass uns das doch mal in Siebdruck machen. Ich habe doch hier so eine Werkstatt. Und dann haben die ersten Amerikaner, Stanley Maus und, ich will jetzt keine Namen, ich kenne die auch nicht alle. Ich will auch niemanden nicht nennen, das wäre dann schade. Aber Stanley Maus klingt einfach schön. Den nehmen wir. Ja. Ja. Die haben dann diese Poster am Siebdruck gemacht. Und da gab es so die erste große Welle in den, waren es die 70er, 80er? Grateful Dead war damals ganz groß. Und das waren auch die ersten Poster, die richtig, die wollte dann jeder haben. Und dann in den 90ern, das war ja dann so meine Zeit, kam dann so, Internet war schon da. Das heißt, die Poster fanden nicht nur in der Stadt oder für die Nerds, die diese Band kannten, die Verbreitung, sondern es fand jetzt plötzlich auch weltweit eine Verbreitung für alle, die sich für so eine neue, was ist denn das, Gigposter-Kunst interessiert haben. Da gab es dann eine Internetseite, gigposters.com. Die brauchen wir heute nicht mehr klicken, wurde verkauft, die Domain. Da gab es, ich habe wirklich, man könnte sagen, jedes Poster, das rauskam von irgendeinem Siebdrucker, hat irgendeinen Fan oder der Künstler selber dort reingestellt. Und da gab es ein Forum, da wurde das bequatscht und da wurde die Technik bequatscht. Und da wurden meine Poster von Freunden einfach reingestellt. Und dann hat mir jemand geschrieben, hier, guck mal dort, da stehen deine Poster. Und so ein Typ, Kosik heißt der, der postet jedes von deinen Postern. Da haut der was drunter, so seinen Kommentar. Das war immer so, dass die meine Poster in der Luft zerruppt haben, die Amis. Sieht aus wie Highschool-Content hier. Da haben wir damals auch gemacht, hier so Farbspiele hin und her. Und dann hat der Kosik immer so sein Ding drunter geschrieben. Total geil, was weiß ich, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich. Der hat es quasi negiert, was da diesen Verriss, den die Amis da auf meinen Postern gemacht haben. Sondern hat gesagt, das ist cool, Leute, guckt euch das an, so kann man es auch machen. Und auf einmal kamen die Aufträge auch von da drüben. Weil Kosik habe ich dann später gelernt, das war so der Revolutionär Frank Kosik. Der hat sozusagen die zweite Welle eingeläutet. Der hat ein Label gehabt, Man's Ruin Records, schöner Name. Jeder, der weiß, wie man sein Geld in einem Record-Label versenken kann, fand ich schon gut, sein Label so zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Und naja, so war der Typ drauf. Aber der lebte in einem Staat. Der ist in San Francisco und hat auch so die ersten Flat-Stocks organisiert. Das sind Poster-Messen, wo sich nur Siebdruck-Poster-Macher treffen. In Amerika gleich mal 100 oder 200. Jede Stadt mit Live-Musik gab es dann immer gleich drei. Jeder Club brauchte diese Poster. Und auf einmal war es im Markt, weil sich herausstellte, Leute sammeln das Zeug. Ja. Und Amerikaner, immer geschäftstüchtig, wirklich, kann man, wo ein Amerikaner sein Geschäft aufmacht, kannst es eigentlich ens daneben stellen, hat Hand und Fuß. Und dann gab es diese Messen, die jetzt auch mittlerweile in Hamburg und in Barcelona stattfinden. Und dann hat man da neue Aufträge geholt. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, regelmäßig nach Amerika geflogen zu diesen Ausstellungen. immer Poster im Gepäck statt einer Hose. Das kannte ich ja schon vom Moped. Ja, genau. Also nichts, keine Hose, sondern... Eine Hose reicht. Eine Hose reicht für die restliche Tage. Gerollte Poster mit. Gepäck für Poster vergeben. Ja. Und dann mit drei Hosen dafür zurückgekommen. Jeans wahrscheinlich. Jeans, nur Blue Jeans. Ja. Aus Amerika. Re-Import. Also bist du da reingerutscht, ohne die Szene so richtig zu kennen eigentlich? Oder ohne... Naja, ich glaube, so wie es jedem im Leben geht. Das Leben nimmt so einen Weg und man denkt sich ja nie vorher auch so, ich werde jetzt das. Oder so. Man hat nur so einen groben Plan. Also in der Kohle will ich nicht mehr arbeiten. Leiterplatten in den Müll schmeißen. Das können andere machen. Ich will jetzt das machen, was ich kann. Quarkspeise verdienen. Mit Teddys. Und ja, das habe ich dann... Ja, man könnte sagen, reingeschlittert. Aber mehr oder weniger halbwegs gesteuert. Also als wenn man so... Ich habe schon mal jemanden Schlittschuh fahren sehen. Ja, gut. Genau. Aber ich meine, die Wege sind ja auch so geebnet gewesen. Ich meine, wenn die in der Kufa nicht gesagt hätten, wir wissen nicht, was wir mit dieser Siebdruckmaschine sollen, jetzt mach du mal. Dann wärst du vielleicht, würdest du jetzt was anderes machen. Ja, ja, richtig. Oder hätte mein Kumpel nicht gesagt, Mensch Lars, du kannst doch so gut malen, willst du nie mit mehr Siebdruck mitmachen? Stimmt. Oder hätten die im Kindergarten schon nicht die Quarkspeise dir gegeben, da hättest du wahrscheinlich auch nicht... Oder hätten wir die Kinder nie putzen lassen. Ja. Also jetzt wärst du als Erzieher geändert. Oder hätte Frank Kosik das nicht positiv kommentiert. Also hätte der das nicht positiv kommentiert, wäre nur der Verriss gekommen, tatsächlich. Ja. Also ich glaube, ich bin dann auch so, dass ich sage, okay, das gefällt den Leuten nicht, was ich mache, dann lass ich's. Also beziehungsweise ich würde das, glaube ich, weitermachen, malen und zeichnen, aber ich würde es jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit präsentieren. Aber so hat sich das ganz anders entwickelt, dass auf einmal war der heiße Scheiß aus Deutschland, der Krause, da gibt's auch einen, der macht das, da gab's noch mehr, aber aus irgendeinem Grund bin die ersten Jahre lang nur ich das gewesen, der da genannt wurde. Und deshalb kommt wahrscheinlich die fälschliche Annahme, dass ich der bekannteste wäre. Ich war eigentlich der Erste, der so ein bisschen diese Öffentlichkeit gekriegt hat, weil Freunde dem einfach einen Account angelegt haben. So eine Frechheit, oder? Ja. Ich gebe euch mal einen Buchtipp. Ja. Brigitte Reimann. Sowieso. Ja. Aber nach der Brigitte, also die Brigitte Reimann, zu Ende gelesen habt, dann holt ihr euch mal aus der Bibel, gibt's auch in Dresden, in der Slup. Da haben die ja viele Bücher. Und da muss man aber schon mit dem Handwagen kommen. Weil? Das ist ein schwer und großes Buch. Ja. Also ich kann's schon tragen, aber für die jüngeren Hörer. Muskeln. Ja. Und wie heißt das Buch? The Art of Modern Rock. Das ist so ein Abriss der Poster-Explosion der gerade beschriebenen von Frank Kosik eingeleitet, also wo es dann wirklich in jeder Kuhbleke einen Siebdrucker gab in Amerika. In Europa immer noch nicht. Da sind wir, Entschuldigung, dass ich einhage bei einem schönen sächsischen Wort wieder. Kuhbleke. Ja. Herrlich. Freut mich. Das Kuhbleke ist, habe ich lange nicht gehört. Ich kenne das. Ja. Das ist sehr richtig. Herrlich. Danke, Lars. Bitte. Wir waren bei den amerikanischen Kuhbleken. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Die hatten das in jeder Kuhbleke. Gab's einen Siebdrucker. Aber es musste ein Live-Musikladen sein. Aber die gibt's ja auch in jeder Kuhbleke in Amerika. Aber tatsächlich nicht überall. Deshalb gibt's so Hotspots um Austin herum, um Chicago herum, San Francisco. Es gibt so ein paar Orte, Seattle, wo Live-Musik richtig groß ist. Da kommen auch, interessanterweise Nashville, da kommen auch die meisten Bands her. Es gibt so diese, naja, wie bei uns eigentlich auch. Wie hier Dresden eben. Dresden ist ja auch so ein Hotspot. Und tatsächlich beobachte ich so einen Zugewinn an musikalischer Kompetenz und auch Medienpräsenz aus Dresden. Zum Beispiel eine Band, für die du auch schon Plakate gemacht hast. Woods of Burnham. Da war ja, der Christian war schon bei uns im Podcast. Ah. Genau. Und ich fand es ja auch super, dass es so eine bekannte Band aus Dresden gibt. Neben uns. Aus Riesa. Wir sind eigentlich aus Riesa eine der bekanntesten Bands. Genau. Obwohl Replay ist noch. Replay, richtig. Ja. Replay ist vielleicht noch bekannter. Und wie ist es eigentlich, wenn man dann alles schon gehabt hat jetzt? Ne, ich bin jetzt wieder im Thema Druck wieder drin. Ich war bei Krankheiten, wenn man alles schon gehabt hat. Ach so. Ja. Gibt es da so einen Witz? Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Penicillin. Kannte ich nicht. Ne, egal. Aber nochmal zurück zum Druck. Was ist das für ein Gefühl, wenn dann nach allen großen Bands endlich die Sächsische Staatskanzlei kommt und sagt, wir brauchen ein Plakat für die Steigerkampagne. Das ist schon schön. Ja. Das ist schon schön. Weil am Ende, ich habe sofort erkannt, hier geht es ja auch wieder um Musik. Mhm. Es geht um Elite. Das haben die in Hoyerswerda auch immer gesungen als letztes nach den Feiern. Und da sind sie alle aufgestanden, als wäre es die Hymne. Es ist ja die Hymne. Und die Taschentücher auch rausgeholt. Was rausgeholt? Die Taschentücher. Ja. Und du hast ja auch eine Verbindung dazu. Du bist ja im Prinzip auch in einer, sagen wir mal, Montanregion groß geworden. Nicht nur, sondern ich bin da ja rumgekrochen in den Löchern. Ja. Obwohl ich nie so schick aussah wie der Steiger. Eher Drecksch. Aber mein Ausbildungsbetrieb hieß Glück auf. Mhm. Das war alles zutage, sagt man. Also keine Erde über dem Kopf. Ja. Aber Bergbau hieß es trotzdem. Also wir haben schon ordentliche Berge versetzt. Schlimm eigentlich, wenn man sich die Ecke anguckt. Und jetzt rutscht der ganze Schnatteradatsch dort. Ist schon, naja. Aber du druckst ja sozusagen nicht nur mit Farbe, sondern auch mit Herzblut. Und Bier. Und Bier. Ja. Du nimmst ja manchmal irgendwelche speziellen Sachen mit. Und mischst die in die Farbe mit rein. Irgendwelche Pigmente oder sowas. Hast du da jetzt ein bisschen... Kohlestaub. Kohlestaub oder sowas in dem Druck mit drin? Ach, das... Ich bin ja noch nicht fertig. Das könnte ich mal noch machen. Das ist eine sehr gute Idee. Wollen wir das mal festhalten? Jetzt frage ich, was das so an Tandien... Oder wie heißt das bei euch, wenn man so noch gute Ideen liefert? Ideen liefern? Ja, gute Ideen liefern. Man könnte ja je nach Region Editions machen, weißt du? Für die Lausitz, da macht man Kohlestaub rein. Da reden wir mal mit, so geht es Sächsisch. Das könnte man tatsächlich machen. In der Freiberger-Region sogar Zinn oder so? Oder Silber? Ich habe mal ein Poster gedruckt. Oder war nicht mal ein Poster. Das war nur so eine Gestaltung für Greenpeace. Und die wollten irgendwie einen Mehrwert. Was kann man jetzt dort noch mit reinpacken? Das war ein ganz schöner Scheiß-Mehrwert. Die hatten dann, also wirklich... Weil es wurde aus Singapur eingeflogen. Eine Farbe, die wurde aus der Luft, aus der Pollution sozusagen, Staub rausgeholt. Und damit wurden diese Stifte hergestellt. Und diese Stifte habe ich ausgegossen und versucht eine Siebdruckfarbe hinzukriegen, damit es dann funktioniert. Und die konnten draufschreiben mit Pigmenten aus Air Pollution. Also gereinigte Luft. Das könnte man jetzt ernsthaft mal den Leuten von Sowie Sächsisch sagen. Also wir könnten ja eine Edition rausbringen mit der Kohle. Oder, naja, Kohle, die holen ja keine Kohle mehr. Nee, aber als Erinnerung sozusagen. Also viele von denen haben ja keine Kohle geholt, sondern Erze. Aber man könnte denen das... Das kann auch, was weiß ich, fein gestaubt... Uran. Uran. Warum nicht, ne? Dann mach ich noch ein bisschen Nachleuchtpaste ran, damit es die Leute glauben. Gibt es alles, ne? Genau. Aber jetzt wieder ernst. Also du mischst die Farben selber an? Ich nehme fertige Produkte, die werden aber bei mir zu 99% nicht so benutzt. Kann man eigentlich auch gar nicht. Jedenfalls nicht mit meinem Anspruch, sondern ich mische mir die auf meine Transparenz, nehme die Farbnuancen so, wie ich das möchte. Meine Poster sehen, oder meine Plakate, meine Drucke sehen die ohne Grund oft sehr gedeckt aus. Ich nehme das allzu schreiende aus den Farben raus. Das machen die anderen schon genug, die Offset-Druckereien. Und da kann es ja gar nicht genug quietschen. Aber beim Siebdruck, der wäre prädestiniert dafür. Sehr leuchtend und sehr speziell auszusehen. Aber ich reduziere die Farben dann doch wieder in ihrer Strahlkraft so auf ein angenehmes Maß. Die Leute denken manchmal, das ist ja alles Retrozeug. Du holst ihn das her. Das habe ich selbst gemacht. Achso, sieht gar nicht so neu aus. Da sage ich dann immer Danke, weil ich sehe eigentlich auch nicht mehr neu aus. Das ist vielleicht das, was man noch mal so ein bisschen beschreiben müsste für die Leute, die jetzt nur zuhören, die das nicht vor Augen haben, die jetzt nicht nebenbei mit dem Computer gucken. Dass das alles so ein bisschen, wie du schon sagst, so eine Retro-Anmutung hat. Es könnte auch aus den 40er bis 70er sein oder so. Aber das ist dein Stil, deine Nische, die du da gefunden hast. Ja, die gefällt auch nicht jedem. Mir ja. Also viele Leute mögen das, wenn das quietscht. Manchmal biete ich ja meine Druckdienstleistung, also meine Druckfertigkeiten auch anderen Künstlern an. Also gerade wenn eine Band aus Amerika kommt, ich kriege den Auftrag und druck das dann hier für die. Also du druckst auf fremde Sachen. Sehr selten und sehr ungern, aber für einen guten Kunden, da macht man das einfach. Das bietet man denen dann an, weil ich würde mir das auch wünschen, damit man diesen Zoll und diesen Transport nicht hat. Weil das ist tatsächlich das teuerste und das umweltsinnloseste. Papier ist schwer und empfindlich. Es kann sein, dass es dann da hat, nur auf dem Geld gekostet und alle ein Eselsohr, weil die Kiste auf der Ecke aufgeditscht ist. Und da drucke ich dann doch manchmal so quietschende Sachen, also so richtig vier Leuchtfarben zusammen, wo ich mir sage, wer will denn sich das hinhängen? Einer, der gern Rave hört? Genau. Neulich habe ich ein Poster gedruckt, das war für die Red Hot Chili Peppers, wo auch nur Leuchtfarben drauf waren und ein Schwarz. Das hat natürlich auch eine krasse Wirkung. Also so ein Poster in den Raum hängen und alles andere verblasst daneben. Das ist so ein Statement. Wem das gefällt, wer gerne so ein Poster an der Wand hat, das gibt es auch von Kollegen. Und von Zeit zu Zeit findet bei mir auch mal eine Leuchtfarbe Zugang zu einem Plakat und beim Steiger soll es auch eine Leuchtfarbe geben. Da gibt es richtig Sammler und Galerien, die deine Poster sammeln und sich auch in die gute Stube hängen. Nicht nur Leute, die von den Bands-Fans sind, sondern auch, die einfach von deiner Kunst-Fans sind wahrscheinlich, oder? Ja, da gibt es eine Sammlerschaft. Galerien erst, wenn die Poster 20, 30 Jahre alt sind und einen gewissen Wert gefunden haben, weil ein Gig-Poster rangiert zwischen, ich sage mal, 30 und 80 Euro, je nach Aufwand und Auflage. Wie hoch sind die Auflagen so im Durchschnitt? Gig-Poster gehen so bei 50 Stück los und die größte Auflage waren 1.500. Aber da steht man eine Weile, oder? Da steht man eine Weile und das musste ich dann auch auf zwei Druckwerkstätten aufteilen. Das ist allein dann auch nicht mehr zu schaffen, weil die haben ja dann auch Termine. Da ist ja meistens ein Datum drauf, an dem Tag, wo es das erste Mal verkauft werden soll. Kurz dazwischen gefragt, das ist das Besondere am Gig-Poster. Das ist nicht ein Tour-Poster, sondern für einen einzigen Auftritt von der Band an dem speziellen Ort. Wenn man es ganz genau nehmen will, muss man dann wieder unterscheiden zwischen Gig-Postern und Tour-Postern. Aber man nennt beide Gig-Poster, um das Abzugrenzen von den normalen Werbepostern, die in der Stadt verklebt werden. Weil das wären Siebdrucke nicht. Obwohl wir das in Dresden damals so gemacht haben, da haben wir für ein Konzert, wo 50 Leute reinpassen, 200 Stück gedruckt und Dresden tapeziert, also quasi an jede Litfaßsäule eins drangegangen, damit der Laden dann auch wirklich voll ist. Aber das hat man aus Freude gemacht? Weil das ist ja dann nicht mehr vom... Das war meine Miete. Okay. Ich war damals im AZ Conny auf der Leonhardstraße und die hatten eine Siebdruckwerkstatt frei. Das war meine erste Werkstatt in Dresden. Da war ich kostenlos drin und einfach als kleine Geste, dass ich auch was beitragen kann, zu deren Tagesgeschäft, Konzerte zu veranstalten. Da habe ich denen dann Band-Poster gemacht und meistens viel mehr, als die brauchen konnten für den kleinen Laden. Das sind heute Wertstücke? Ein paar davon schon, ja. Wenn man in Dresden die Bautzner Straße langfährt, ist doch so eine riesige Giebelseite von so einem Haus. Das sieht ein bisschen aus, als wäre es von dir. Ist es von dir? Was aktuell da ist, weiß ich gar nicht. Ja, aber da war mal was dran. Da war mal was dran. Was politisches erinnere ich mich und einmal was von Radeberger. Ja, ja, genau. Das war einmal Radeberger. Irgendwann haben die Leute auch geschnallt, dass deren Produktion übelst zugenommen hat, weil die alle dachten, wir kaufen dem Menschen mal ein gutes Bier. Dann haben die mir dann immer Radeberger gebracht. Dann haben die Radeberger gefragt, wo geht denn das ganze Bier hin? Und dann haben die mich mal in eine Werbung machen lassen. Ja, ja. War dann sozusagen, Kles, Dankeschön. All die Jahre. Das heißt, du hast dann das Haus, die Fassade in deine Werkstatt bringen lassen? Ich kenne so ein paar Kreative, diese Organisation, also der muss ja eine Firma in das Gerüst stellen. Dann muss jemand die ganzen Graffiti-Fachleute anholen. Das wurde gesprüht, oder? Ja. Gemalert und gesprüht. Das ist so eine Mischtechnik. Und das haben die Chromatics, das ist so eine Dresdner Werbeagentur, übernommen, die Organisation. Und die haben das auch dann, 2019 war das, für dieses, ich nenne es mal, Landtagswahl, Mural, also Wandbild, Englisch glaube ich, würde ich das mal verorten. Nicht zu verwechseln mit Ural, das ist so ein LKW. Aber man könnte einfach Mural sein. Mural. Mural. Ja, Mural. Dann spricht man es wahrscheinlich sogar korrekt aus. Ja. Und das wurde auch von den Chromatics ins Leben gerufen. Aber die Ideen jeweils sind komplett von mir gewesen und auch die Separationen, die konnte man alle auch siebdrucken und die gibt es auch als Siebdruck. Wir mussten dann uns noch ein bisschen einigen, weil da sollte erst ein anderer Spruch drauf. Den haben wir dann nicht genommen, sondern der von dem Dalai Lama, der passt einfach besser zu der Aussage. Ja, wie gerade denn? Ich habe den noch so vor Augen. Das war so eine Kiste, eine Frau, die so eine Kiste hält. Nein, es sollte ein Kind darstellen. Oder ein Kind. Ich wollte auch ungeschlechtlich bleiben, deshalb sagen viele Frau. Ich sehe eindeutig einen Jung. Ja. Aber das passt, das soll jeder sehen, was er möchte. Ich bin da überhaupt nicht wertend, das finde ich gut. so, dann ist es mir gelungen. Es ist ein Kind, dass eine Rose, eine weiße Rose in eine Wahlurne steckt. Und auf der Wahlurne stand drauf, in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist viel Wahrheit dran. Das hat der Dalai Lama, ich weiß nicht, in welchen Zusammenhang mal gelassen, den Spruch. Und passt eigentlich zur Situation, wenn man eine Wahl treffen muss, gerade so, was die nächsten vier Jahre angeht. Man sollte ja immer davon ausgehen, dass man wählt, um was Gutes zu bewirken. Ich sage immer gern, man sollte nicht gegen etwas wählen gehen, sondern für etwas. Also etwas bewirken, statt etwas kaputt zu machen. Und das sollte dieses Mural sagen. Das sollte, denkt nach, Leute, wenn ihr wählt. Und eins, da kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke, was gelungen ist, dass dieses Mural, das wurde durch die Corona-Zeit und durch den Winter, der dann kam, hing das viel, oder war das viel länger an der Wand als geplant. Weil eigentlich muss diese Wand auch ihr Geld einspielen, damit man die Besitzerin, oder damit man diese, das muss ja alles bezahlt werden. Aber es hing fast ein Jahr und es wurde in diesem Jahr nicht die Bohne, wir nennen das in der Graffiti-Branche, geschändet. Das ist nicht das passende Wort. Aber es wurde nicht beschmutzt, nicht beschmiert, kein Tech, nichts, kein Farbbeutel. Niemand fühlte sich von dem Bild so belästigt, dass er seinen Unmut mit irgendeiner Aktion ausdrücken wollte, sondern das ist einfach gelandet. Das hat offensichtlich auch etwas bewirkt. Wenn auch in den Zahlen nicht messbar, aber es hat in den Menschen ein bisschen was bewirkt. Und das macht mich nach wie vor, also das macht mich wirklich ein bisschen stolz. Zu Recht. Ja. Danke. Hat schon mal jemand was abgelehnt? Irgendeine Band, der du was vorgelegt hast, die dann gesagt hat, oh nee, bitte, Lars, bitte. Also meistens sind es nicht Bands, sondern Manager am vorauseilenden Gehorsam, die dann sagen, das zeige ich denen nicht. Und dann denke ich, sorry, wenn ich so sage, du Vogel, da habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wenn du es nicht kapierst, vielleicht kapiere jetzt die Band, zeigst du auch wenigstens. Also sowas habe ich tatsächlich öfter erlebt, in letzter Zeit auch gerade. Ich habe den Eindruck, dass die Live-Musikgeschichte so die letzte dicke, zu melkende Kuh ist. Und auf die schmeißen sich jetzt alle Cowboys drauf und wollen da mit reiten auf dieser Kuh. Was zur Folge hat, dass Unmengen Menschen, die gar nicht zwischen Band und Künstler gehören, sich da alle noch dazwischen quetschen. und das sind jetzt Agenten. Also die Romantik verschwindet ein bisschen und diese neuen Leute in dieser Branche, die oft gar keine Ahnung haben von dem, was sie da vermitteln, die im Dutzend Aufträge heranholen und Leute beschäftigen, die sagen oft aus mangelnder Ahnung mit der Thematik, nee, mach das mal anders. Das passt nie. Das ist kein Punkrock oder so. Ich sage, das ist sehr wohl Punkrock, was ich hier gestaltet habe. Dann gibt es von mir noch einen zweiten Entwurf, wenn mir der Agent sympathisch ist und wenn nicht, dann nicht. Dann sage ich, nee, ich liefere eine schöne Idee, ich setze sie schön um, die hat auch Tiefe und das möchte ich gerne verkauft wissen. Und wenn das mal nicht klappt, dann eben nicht. Ja, und ist es nicht frustrierend zu merken, dass so ein Agent dazwischen steht und irgendwie mauert, dass du gar nicht bis zur Band vordringen kannst? Extrem, vor allem, wenn man es anders kennt. Und wenn man noch Leute hat, also ich kann auch noch andere Leute sagen, für die ich das letzte Jahr gearbeitet habe, die Toten Hosen, wo man noch direkt mit der Band verhandelt. Es gibt ein paar, die sind eben dieses Postwachstum, hier müssen wir nicht, das läuft schon, hier braucht man nichts Neues machen. Das lassen wir so, wie das ist. Warum dort jetzt eine Blase draus machen und den Weg verlängern und unattraktiv machen für alle Beteiligten, anstatt das direkt bleibt und da wird verhandelt und da wird drüber gequatscht. Die haben auch ihre Wünsche, aber dann habe ich direkt den Wunsch, dann wird das nicht noch zehnmal umgemodelt und am Ende festzustellen, nee, war es doch nicht. Also, ja, abgelehnt wird in letzter Zeit mehr. Was mich dazu bewegt, auch ein bisschen weiter darüber nachzudenken, ob ich nicht ein paar mehr Steigerposter mache oder, es gibt so viel Bedarf, so viel echten Bedarf an guten Kunstdruck, an guter Gestaltung. Man muss sich nicht einbeinig auf die Musikindustrie verlassen, auf eine Kuh, wo man eh nie mehr drauf passt. das, ja. Dein Laden heißt Dus? Zwölf, französisch zwölf. Ons, Dus, Dres, Quartons, Kerns, Cés. So habe ich es bei der Frau Bartl gelernt. Elf, Zwölf, Dreizeh. So wie ich das ausspreche, so richtig französisch. So wie bei Töng. Wie bei Töng, ja. Ja, Zwölf, du willst jetzt wahrscheinlich wissen, obwohl du ja in der Hausnummer elf bist. Ja, genau, aber ich habe ja über die Zeit in Dresden sieben verschiedene Hausnummern gehabt, also daran konnte ich mich nicht festhalten, aber die Idee, eins meiner Standbeine, die ersten Jahre, als ich noch nicht damit gerechnet habe, dass man Poster verkaufen kann, sondern dass man seinen Kumpels einen Gefallen tun kann, dass sie keine tausend Mark nach Gölz schicken müssen für ein Poster, wusste ich ja nicht, dass das mal mein Geschäft wird oder eins meiner Hauptbeschäftigung. Da habe ich Kalender gedruckt, also Kunstkalender. Blätter, wo das Kalendarium eingearbeitet wurde in die Grafik, also nicht nutzbar. Das war auch der größte Kritikpunkt und wahrscheinlich auch der Untergang. Was heißt nicht nutzbar? Man konnte es schon irgendwie ablesen. Es waren Zahlen. Man konnte Zahlen angucken, die hatten aber keine Reihenfolge. Also das war sehr wirr. Ja. Aber sehr, sehr, sehr für mich optisch ein Genuss, das zu sehen und beim Drucken eine hochbefriedigende Arbeit. Und es gab auch da schon ein paar Leute, die händeringend auf den neuen Doos-Kalender gewartet hatten. Doos, ne? Zwölf, zwölf Monate und so. Das stimmte zumindest, die Anzahl der Monate. Ja, genau. Ja, die Zahlen auf den Kalendaren, die waren auch alle recherchiert. Ja, hast du ja an deinen Fingerknöcheln abgezählt. Hatten dann genau die Anzahl. Und Child, ja, das war alles eingebaut, ne? Aber er war halt nicht als Kalender nutzbar. Man konnte dort seinen Arzttermin zwar draufschreiben, aber man wusste dann am Ende nicht, welchen Tag. Gut. Also, ja. Das war ein pures Kunstprodukt, dieser Kalender. Und meine Idee war mit der Kunst ein Fuß in der Tür des Konsumenten, ne? Also, ich mach einen Kalender, der muss, Kalender mit Kalendarium, dass man erkennen kann, was ist ein Sonntag, das gibt's doch alles. Ich hab das Wort Kalender nur benutzt, um bei Art und Form reinzukommen. Ah. Das hab ich auch hingekriegt. Art und Form ist ein Verlag. Ne, das ist ein Laden in Dresden, der viel Kalender, unter anderem. Ein ganz schicker Laden, kann ich nur empfehlen. Da kann man in der Kalenderzeit viele Kalender kaufen und da gab's dann auch meinen Kalender. Und das Alleinstellungsmerkmal meines Kalenders war, man hat den gar nicht als der Kalender erkannt, aber er hing zwischen den Kalendern. Und dann hatte der noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal. Er war halt handgedruckt, davon gibt's da viele, aber der war in Metall gefasst, zwei Metallschienen hielten diese Kalenderblätter zusammen. Nämlich oben und unten, man konnte auch nicht blättern. Tatsächlich eine vorne, eine hinten, aber nur oben, dass man auch reingucken konnte. Also so geschäftlich schlau war ich dann, dass man den vielleicht auch weiterblättern kann. Und eingestanzt in das Metall waren oben die Buchstaben D-O-U-Z-E, Dues. Also eigentlich mit Schlagbuchstaben hab ich extra besorgt. Irgendwo im Pischen hab ich noch so einen Laden gefunden, wo man noch Seriennummern und Fahrgestellnummern ändern kann. So ein Hinterhof, da hab ich noch ein paar Buchstaben gekriegt. Ähm, ja, und dazu hab ich eine Internetseite gebaut. Ich hatte ja da ein bisschen Ahnung, ich machte ja gerade diese Ausbildung mit diesem ganzen elektronischen Computerzeug und so. War ein rundes Produkt. Also wenn man den Kalender hat, konnte man diese Internetseite besuchen und dann irgendwann kamen die immer mehr Bandposter und dann hab ich überlegt, da muss ich mich jetzt eigentlich umbenennen oder so und dann dachte ich, nee, auf jedem dieser Poster steht ein Datum drauf. Das sind auch Kalenderblätter. nur anders. Also es ist ein Zeitbezug, der aber die Leute, die das Poster kaufen, oft total irrelevant ist. Also genau die, wie das Kalendarium auf dem Kalender, den man nicht als Kalender benutzen kann. So ist das Datum auf diesen Bandpostern unwichtig, weil die Leute kaufen sich das wegen des Aussehens oder wegen der Erinnerung an einen schönen Abend. Aber das war für mich irgendwie so die Brücke, okay, das sind eigentlich auch Kalenderblätter, wie ein Abrisskalender. Okay, und dann? Dann ist es bei Und Du's, ganz ehrlich, also ich wollte mich jetzt nicht zwölf nennen, das klang mir zu unkünstlerisch, aber Du's, das hat doch so ein Französisch, hat doch so einen künstlerischen Touch. Ja, Lars P. Krause, steht in der nächsten Zeit irgendwas an, wo die Leute mal gucken kommen können und mal so deine Werke begutachten können oder kann man in dein Atelier kommen und da mal gucken oder gibt es eine Ausstellung oder sowas? Also mehrere Ideen gibt es da, also einmal kann man montags habe ich, wenn nicht gerade Feiertage sind, habe ich eine normale Öffnungszeit, da kann man hier an der Tür klingeln und Poster stöbern, meine Poster stöbern, aber wenn man mehr sehen will als meine Poster, da gibt es eine Veranstaltung, die machen wir schon ach, über zehn Jahre, College Gigs, die Dresdner werden das vielleicht schon kennen, aber viele nicht, wie wir immer wieder feststellen, da dreht sich die Welt mal um, da ist das Poster, also der Merch, der Hauptgegenstand und die Musik, die Band, das Beiwerk. Da braucht ihr also nicht so gute Bands sozusagen, könnten wir ja mal spielen. Nee, wir haben da einen sehr hohen Anspruch, also ihr könnt da gerne spielen, aber wollen wir das machen? Ihr seid ja noch nicht vollständig so richtig. Wir brauchen noch einen Bassisten oder eine Bassistin. Wo ist eigentlich ein Madlenker Showcheats? Jetzt haben wir so lange gequatscht. Ja. Da müssen wir nochmal gucken. Wir rufen die dann mal an, da gehen wir auch mal hoch, oder? Ins Netz? Ja. Entschuldigung, ich habe gerade, wir sind ja zur Probe hier eigentlich. Na, egal. Also können wir da spielen? Gerne. Wenn wir bassmäßig besetzt sind. Vollständige Bands haben wir immer gerne dabei. Sehr gut. Und Colored Gigs. Colored Gigs, damals in der Groove Station die erste Veranstaltung. Für die du ja auch das Logo gemacht hast. Ja. Für die Groove Station. Richtig. Sehr schick übrigens. Danke. So 70er-mäßig. Ein bisschen hippie-mäßig. Da wieder einmal das Erhorten des Groove Station. Absolut. Ich habe einige Logos in Dresden gemacht. Ja. Rosis Amüsierlokal. Auch das. Auch? Noch irgendwas? Damit die Leute wissen, ach, guck mal da, das ist ein Krause. Ja. Das Klacks, hast du das gemacht? Die haben ihre eigenen Leute. Ja. Ich glaube nicht. Ja, nee, eigentlich fällt mir jetzt nicht alles ein. Also viele Lokale. Ja. Jetzt ganz aktuell, das neueste Lokal, das Logo, kann ich auch nur empfehlen, ist bei mir in der Werkstatt, auch um die Ecke, das Gartenlokal Fortschritt. Ah ja. Gartenlokal Fortschritt. Ist herrlich. Ja. Ein guter Name davon. Man kann sich nicht vorstellen, was einen für eine Welt eröffnet, wenn man dieses Lokal betritt. Ich kann es nur empfehlen. Momentan mein absoluter Geheimtipp. Okay. Wirklich. Ich will auch gar nicht verraten, warum das so toll ist. Aha. Das muss man sich angucken. In welcher Straße ist das? Viele werden vielleicht enttäuscht sein, weil es sieht doch aus, wie bei mir zu Hause. Aber dann seid ihr auch schon eine Attraktion. Ja. Ach, wenn was Fortschritt heißt, finde ich es schon gut. Ja. Klingt nach Mähdrescher und nach Kindergarten. Ja, ja. Das Logo habe ich gemacht. Ja, wie viele andere. Okay. Call it Giggs. Wir laden da auch Leute aus Amerika, aus Europa und auch aus Deutschland Kollegen ein zum Poster angucken. In letzter Zeit machen wir auch kleine Panels, also so ein bisschen Informationsveranstaltungen, so für Siebdrucker, Fachwissen oder für Leute, die sich einfach interessieren, so wie jetzt hier ihr Zuhörer, das vielleicht mitkriegt, was das für eine eigenartige Nerdwelt ist, in der ich mich bewege. Ja, das kann man da alles live. Die Künstler sind mit da. Man kann die alle anquatschen. Die warten auch drauf. Musik wird relativ regelmäßig dargeboten. Es kostet nie Eintritt. Das ist uns ganz wichtig. Wird auch live gedruckt? Es wird mitunter live gedruckt. Nicht jedes Jahr. Kommt immer drauf an. Dieses Jahr wird es wieder stattfinden. Das kann ich schon fast garantieren. Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, auch wieder in der Groove Station, da, wo wir mal angefangen haben. Die Scheune ist gerade ausgefallen. Da wüssten wir jetzt eine Freiluftveranstaltung draus machen. Und das ist mit Postern. Machen wir manchmal, aber nicht im Herbst. Und im Herbst soll das stattfinden. Kann ich nur empfehlen. Schreibt es euch in die Kalender. Herbst, call out gigs. Es wird wieder eine große Werbeoffensive gestartet. Tolle Flyer, die man sich auch aufs Auto kleben kann. Also als Aufkleber. Da würden wir uns einen auf unseren Benchgo da kleben. Ja klar. Als Werbung. Ja. Für unseren neuen Freund Lars P. Krause. Kannst du eigentlich Bass spielen? Vielleicht kannst du ja bei uns Bass spielen. Also Bass spielen? Na, ich sag mal so, Bass spielen ist nicht das Schwierigste. Du kannst ja mal probieren. Wir haben einen Bass hier. Warte, ich geb den. Kannst du mal probieren, ob dir das taugt. Also so dumm, 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 dumm. Das schaffe ich. Naja, das ist doch schon ganz gut. Ja. Aber was machen wir, wenn Madlenka jetzt doch kann? Na, oder wir machen eine Doppelbesetzung, wenn Madlenka Showcheats vielleicht nicht immer kann, dass ihr euch abwechselt so. Ach, mit der kennt ihr das auch zusammen. Also sie hält die Gitarre vorne, ich hinten oder so. Oder Gitarre sagt man da. Bass-Gitarre. Bass-Gitarre. Und ihr habt ja auch so einen ähnlichen Hintergrund. Du kommst ja auch so aus dem sorbischen Siedlungsgebiet. Ja, aber wir haben auf der einen oder anderen Dorf das auch schon zusammen getanzt. Ja. Kennen Sie schon, ne? Dann ziehen wir es mit den beiden durch. Warum denn nicht? Das ist immer ein Gewinn. Ist vor allem immer, wenn wir irgendwo spielen, ein gutes Plakat am Start. Und wir kleben dafür als Belohnung einen Colored-Gigs-Werbeaufkleber an unserem Bench-Goda. Das ist das Mindeste, was wir machen können. Und es gibt jedes Mal zur Benprobe Quarkspeise. Mit Leinöl. Mit Leinöl. Okay, ich bin dabei. Gut. Und Milch. Oder Bier. Oder beides. Mittlerweile nur noch Bier. Nicht mehr. Doch, aber im Kaffee. Okay. Mit Eierlikör. Eierlikör. Haben wir noch welchen? Aus Diepoldeswalde. Stimmt. Ja. Diepoldeswalde ist eine Eierlikör-Gegend. Aha. Da wird viel selbstgemachter, oder in Reichstädt wird viel Eierlikör selbstgemacht. Auch Hobbys. Ja, ja. Ja. Dann müssen wir jetzt noch Maß nehmen. Genau. Da würde ich denken, Kassette ist bald voll. Oh ja. Bedanken wir uns bei den Leuten, die zugehört haben und bei Lars P. Krause fürs Hiersein. Und dann holen wir die Schmieche aus unserem Schmiechenregal. Sagt man in Neuerswerda auch Schmieche. Schmieche. Ja. Und dann nehmen wir noch Maß an unseren Körpern für das Plakat. Und dann rufen wir noch die Matlenka an, was los ist. Müssen wir aber aufs Sorbisch machen. Das kriegst du hin. Ja. Na denn. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und danke für die Einladung. Und danke, dass du da warst. Nächstes Mal bringe ich einen dickeren Pullover mit. Ist frisch hier, ne? Oder einen Bass. Und dann kannst du dich warm spielen. Aber Bassisten stehen immer noch rum. Die haben noch nie einen gesehen, der sich bewegt. Das war ungezogen. Ne, das ist ernsthaft. Ernsthaft ungezogen. Lars. Lars P. Krause war bei uns im Podcast bei Zärtlichkeiten im Ohr. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.